Ganz sicher gibt es einige Besonderheiten im Denken und Handeln von Bosch. Je größer, je vielseitiger und je internationaler das Unternehmen ist, desto wichtiger werden Kultur und Werte. Die Bosch-Kultur hat für mich natürlich viele Facetten, aber lassen Sie mich zwei wesentliche Bedeutungen hervorheben. Einerseits kann sie in unserer internationalen Mannschaft Integration stiften, andererseits verstehe ich gerade die Werte auch als kritischen Maßstab gegenüber unserem eigenen Handeln. Und so gesehen kann die Unternehmenskultur natürlich auch unbequem sein. Sie ist nicht nur zum Wohlfühlen da, sondern sie kann auch eine gewaltige Dynamik freisetzen durch ein schnelles gemeinsames Arbeiten in Richtung unserer Ziele. Alle unsere Werte haben für die Zukunft von Bosch einen großen Wert. Zwar ist es kein Zufall, dass in unserem Wertekanon die Zukunfts- und Ertragsorientierung an der Spitze steht. Doch was folgt, ist mir nicht weniger wertvoll. Vertrauen, Offenheit, Fairness, Legalität und Vielfalt. Wenn man so will, haben wir damit genau den Weg beschildert, auf dem wir unsere wesentlichen Zukunftsziele erreichen wollen. Das ist ein Zufall, der Sch fragile- und umm schöpfen, Der Sch